Stadtmagazin TV Termine Xenia Jürgensen und Holly Petersen bieten ein Zusammenspiel von Gesang und Gitarre am 9. Oktober in Norderstedt. Im Wildpark Ekeld geht es mit den Rothirschen in die Steinzeit am 12. Oktober. Am 27. Oktober spielt der Theaterclub Fitzweg im Theater Bad Bramstedt das Stück Wer nicht bedrückt, der ward betragen.